ist fertig bearbeitet random ich kann das nicht auseinanderhalten das ist so eklig muss eine stichprobe nehmen hier hier ist nur ein block der leben hat so die welle hier vorne und die erde halt nicht und der leben so ein bisschen heller ist ja ich wandle das schon mal ein leben blöcke um das wird so lange dauern den zweiten teil von super mario maker habe ich schon reingeschaut was seine tutorial da gespielt wir müssen da doch mal schauen wenn wir schlafen 200 blocks habe ich jetzt blöcke blocks oder gibt es auch letztendlich gesehen da gibt es einen trailer von so einem neuen bb blocksberg film bb blocksberg und tina oder wird heißen bb und tina ein deutscher film mein gott deutsche filme sind so schlecht geworden einfach jetzt läuft er zurzeit auch irgendwie fakio goethe aber ich habe den ersten teil noch nicht mal gesehen weiß nicht ich habe ich auch gehört ich habe es noch nie geguckt hat mich immer so abgeschreckt hat sich für mich nie und nie so interessant angehört acht hat das leben glaube ich gleich muss ich noch mgs schneiden und das video über nacht rendern lassen das dauert ja auch hast dann jetzt schon zu ende gezockt ist dir mal aufgefallen leben immer in einer bestimmten was denn du hattest grad bambus leicht das leben immer in bestimmten in einer bestimmten anordnung vorkommen ja so hatte man so einen bestimmten anordnungsmuster ich finde ja auch mein leben dass meistens immer nur eine schicht und darunter ist gleich wie die erde ja auch meistens ja manchmal hast du auch so zwei drei schichten das ist auch wieder eklig denn ich bin gerade hinter manu seinem stadion hier der delphinarium aber die musik schläfert mich ja noch einfach mein kräft ist auch blöd hier herr leben ist das wasser gleich überall so tief das schrägt sich gleich so mega ab hier sollt ein bloch leben in unserem erde geil richtig gute ausbeute hab vorhin survival games weiter gebaut survival games hat es nicht alles für games gibt in minecraft das ist krass das ist aber das schöne so facettenreich kannst du vier machen die einen machen fast nur pvp die anderen bauen die anderen sind kreativ modus die anderen bauen halt so ähm wie heißt das so eine rätsel maps survival maps halt zack ich würde mir auch eigentlich mal so eine rätsel weil wir das runterladen für die playstation die musste dann ja auf die ps für die ps3 runterladen musste ja um stick ziehen und ps3 hochladen und dann musste konvertieren dann zu ps4 anders geht es wohl nicht das was natürlich auch ein bisschen blöd ist ne wenn du dann hier auf ps4 eine survival map baust kannst du hier eigentlich nicht zum download rein stellen ja dann musst du auf ps3 die maps bauen hoch hoch das finde ich auch ein bisschen blöd das leben so selten oder so blöd zu farmen ist ey sonst könnte man so viel mit leben bauen ja das sieht auch gut aus vor allem direkt halt so ähm mit dem roten flemkort dann ja richtig ja das ist einfach ein krampf lehm zu farmen ey schade hat da eine richtig geile hau map gebaut und absichtlich weg sagt vor dem marken das ist natürlich ärgerlich durch einen fehler im spiel oder außersehen gelöscht ich glaube das ist schon wieder alles erde jetzt was ich gerade abschlagen gelöscht wie das denn passt man drauf ich habe glaube ich noch keine minecraft map wieder gelöscht ich angefangen habe auch wenn man total der rotz ist hoffe ich dann nie wieder bauen werde aber irgendwie habe ich die immer noch nicht gelöscht ich habe immer noch die größten drecks maps die direkt maps die ich mal angefangen habe wo eigentlich gar nicht steht manchmal nur ein häuschen das war es denn nie weiter gespielt zum wohl ich habe mal ab irgendwie orientierung für nach hier bin ich alles klar so noch umwandeln hanswurst 89 herzlich willkommen stream und hanswurst sagt morgen wenn du nachts sich trank trinkst siehst du dein leben besser ja das stimmt natürlich haben wir noch 80 tränke weiß ich gar nicht wenn denn sie die bei nasa hat ich glaube ich hatte eingenommen wo gegen er daran gekämpft hatten vielen dank für den Hinweis ich habe jetzt 1 2 3 4 stacks es geht ansonsten kann ich ja gleich mal zurück rennen ist das leben dann kann ich mal einen nachts sich trank holen dann gucke ich mal woanders nach 2 3 4 vw marco bin so müde dann geh doch schlafen was hältst du dich dann wach nee das lass ich lieber das jetzt mal nicht so gut laufen ja war ja lustig aber trotzdem so was sagt man nicht nicht im live stream und nicht auf youtube ist das leben gut dann geh mal zurück dazu nachts hat er noch mal so nachts sich dran ich bin ja auch mal mitbringen falls da noch mehrere sind ich überlege gerade mit was man noch mal 80 tränke braut das ist ja pauls eisenbahnstrecke du bist richtig quer durch alle lande strecke und hast du jetzt auch immer weitergeguckt ne ne habe ich noch nicht weitergeguckt ne habe ich auch noch nicht zu Ende geguckt vor allem ich habe ich habe die letzte staffel hatte ich geguckt wo ich gerade in gta Messerflüge und so einen scheiß gemacht habe und unterbrücke durch und dann lief das so nebenbei habe ich auch nicht wirklich alles 100% mitgekriegt cool ja deswegen muss ich die letzte staffel eigentlich komplett nochmal gucken wo ich da schon fünf sechs folgen geguckt habe von aber irgendwie gar nichts mitgekriegt habe ja sowas passiert marco das ist das leben aber du hast ja bestimmt schon mal die Motorräse inhalt naja die die habe ich schon mal sehen die ist eigentlich ganz nett ja auf jeden fall die passt eigentlich auch so mal schauen was da noch so am Ende passiert ein paar Looten hast du einen Time-Up bekommen weil du da solche schönen Sätze reingehauen hast die nicht sein müssen das ist vielleicht ganz lustig aber ich finde das nicht lustig mit dem Chat daher man kann auch erstmal irgendwie mal Hallo schreiben oder Hi oder irgendwie mal irgendwas zum Thema Minecraft oder zum Thema Stream sagen und nicht solche komischen ausfälligen Wörter da rein posten Wörter da rein posten so Nachtsicht 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 Schwäche VW Marco hat meine Freundin gesagt sie soll bei dir vorbeischauen und ich und sie feiern dich vielen Dank Marco es freut mich dass euch so gefällt Neue Follows von JellyBeanX33 Yolol15 und Aildaris WOW oder WAU vielen Dank auch wenn die gerade vielleicht nicht dabei sind aber der Bot sagt es mir jetzt gerade ich habe nur noch 5 die sind gerade nicht mehr dabei dann muss man öfter streamen ja und sichtbarkeit wenn ich spiele aber die ja nicht die scheiße ja wenn das immer leckt das ist natürlich blöd äh hat nachseitig irgendwo ein Bett ja ich baue mir mal ein Bett hier zack ich muss entmitteln ich muss nur gerade gucken wo ich das platzieren kann so wo kräuchst du denn jetzt gerade rum ist die Frage ich? mhm äh ich bin fast an der oberen Kartengrenze also mir passt das hin und ich finde das schon so ah ok alles klar das Problem ist nämlich auch dass ich nur eine Karte von einer anderen Map habe deswegen finde ich dich so auch gar nicht ja nee nee mach mach nur wenn er mit den Koordinaten ja bevor du dich hinkriegst ja ah Renan hat den Text bin eben Rauchen nicht abgeschickt daher haben wir das nicht mitgekriegt und er ist wieder da jetzt sind wir kommen zurück viel Spaß Renan viel Spaß nachträglich beim Rauchen ich hoffe du hattest Spaß dabei und viel Erfolg beim Einschlafen ich kann ja vielleicht später nochmal nachts eine gute Nachtlied singen oder Jaya singt diesmal ne Jaya du singst doch heute kann man nachträglich ich war letztes Mal dran ich könnte ein Gedicht vorlesen ein Gedicht ok dann lest du mal ein Gedicht vor ich muss mir das raus suchen ich habe vorlesen nicht auch da so mal ein schönes Gedicht raus vielleicht findest du sogar ein Minecraft Gedicht das wärs doch nein du hast doch nicht mal gesucht ich weiß nicht ich weiß auch welche ich vorlesen werde Na random kann er zocken und streamschauen gleichzeitig ich habe mir einen zweiten Monitor geholt darauf zocke ich jetzt wenn ich nicht mit Kia aufnehme dadurch kann ich am PC sein und gleichzeitig auf Konsole zocken perfekt läuft so muss das so ich finde irgendwie grad gar kein Leben das macht nichts Rocky vielen Dank und Paluten 212 vielen Dank fürs Follow herzlich willkommen dann muss ich noch was in den Stream schließen Stein 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 ach da ist Lehm perfekt und fast dann noch Oberfläche ja sehe ich perfekt eigentlich weil es eine Oberfläche ist wollen wir noch ein bisschen Erde weg klatschen so müsste Lehm immer vorkommen so knapp neben dem Wasser weiß nicht im Wasser sondern knapp daneben so am Rand das wäre super